Bei mir ist Adelheid Feilke von der Deutschen Welle. Herzlich willkommen. Die Bundeskanzlerin hat eben gesagt, es ist immer noch ein Kraftakt sozusagen zum Frieden zu finden auf dem Westbalkan. Nun ist aber doch der letzte Krieg auf dem Westbalkan schon echt eine Weile her. 20 Jahre genau. Tatsächlich ist es aber so, dass viele der Konflikte, die damals zu den Zerfallsprozessen Jugoslawiens und auch zu den kriegerischen Auseinandersetzungen geführt haben, bis heute nicht gelöst sind. Es gibt eben den besonders prägnanten Fall, dass Serbien die Unabhängigkeit Kosovo nicht anerkennt. Auch Bosnien-Herzegowina in seiner labilen Struktur mit den verschiedenen Entitäten ist immer noch ein Konstrukt, was unter vielen staatlichen Problemen leidet. Und alle diese Dinge sind so konfliktlastig, dass sie nach wie vor das Potenzial haben und immer auch wieder zu krisenhaften Situationen führen. Und es gibt massive neue Einflussnahme, zum Beispiel von Russland, zum Beispiel von China, die sich an der Infrastruktur auf dem Westbalkan massiv beteiligen. Gibt es da jetzt so eine Art Wettbewerb, der Retter sein zu wollen? Auf dem westlichen Balkan ist sozusagen der Kampf um die Köpfe noch nicht entschieden. Also je schwächer die EU, je unklarer in ihrer Aussage, in ihrem Commitment für die westlichen Balkanstaaten, desto stärker und dreiser vielleicht auch manchmal treten andere Player in Erscheinung, die eben ganz klar wissen, was sie wollen. China fragt nicht nach Werten, hat eine reine Wirtschaftsagenda auf dem Balkan. Russland spielt immer mit dieser Nähe zum slawisch-serbischen Partner und schafft dadurch die Allianzen, die vielleicht auch zu einem Zerwürfnis innerhalb der Region stärker führen. Und die Türkei ist auch ein wichtiges Land, was alte Interessen auf dem Balkan vertritt, besonders da eben in Bezug auf die muslimische Bevölkerung, die sich besonders in Bosnien-Herzegowina befindet oder auch in Albanien und Kosovo. Und dann gibt es noch Polen. Polen ist der Gastgeber dieser Konferenz. Polen ist ja nicht wirklich Westbalkan, aber sehr interessiert am Westbalkan und will das Thema mehr in den Fokus rücken. Ja, das ist ja die Zerstrittenheit innerhalb der EU, dass einige Länder es sehr forcieren. Wir haben ja auch gehört, dass Emmanuel Macron auf die Bremse tritt und sagt, erst Vertiefung, dann Erweiterung. Polen ist ein Land, was sehr stark auf sicherheitspolitische Aspekte setzt und dort auch klar diesen sicherheitspolitischen Aspekt auf dem Balkan betont. Denn wenn die sechs Balkanstaaten stärker in die Europäische Union oder in Europa integriert werden, sinkt damit natürlich auch die Gefahr von Konflikten. Also lieber Einbindung als Ausgrenzung. Nun ist es so eine Zeit, in der viele in diesen Ländern natürlich hoffen, dass sie noch viel, viel näher an Europa rücken, Teil von Europa werden. Die Bundeskanzlerin hat da ja durchaus auch Mut gemacht heute. Wie realistisch finden Sie das? Ich denke, dass Europa klarer sein sollte. Also die EU schwankt immer zwischen Hoffnung und dann wieder Verschiebung, hinauszögern, neue Konditionen. Und das ist etwas, was bei der Bevölkerung auf dem westlichen Balkan sehr genau wahrgenommen wird. In der Bevölkerung in eigentlich allen Ländern des westlichen Balkans gibt es immer noch eine große positive Zuneigung zur EU. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe, die Perspektive, hier arbeiten zu können. Vielleicht kurzfristig, kurzzeitig, aber auch längerfristig. Der Austausch im Bildungsbereich, alles das macht den West, macht Westeuropa für die Westbalkan-Bevölkerung attraktiv. Und die EU, solange sie unentschieden ist in ihrer Perspektive, führt zu Verunsicherung. Ich glaube, die EU sollte klarer sagen, die Perspektive ist da, aber es wird kurz- und mittelfristig nicht dazu führen, weil die EU natürlich selber in großen Identitätskonflikten steckt. Aber Sie würden schon sagen, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass einen nicht andere überholen und man dann vielleicht gar nicht mehr so sehr gewollt wird. Das ist richtig. Ich meine, wir haben ja das Beispiel der Türkei vor Augen, wo die EU-Perspektive auch später einer Enttäuschung gewichen ist. Und diese Gefahr besteht auf dem westlichen Balkan auch. Auch dort sehen die Menschen ja, dass sie Konditionen erfüllen. Das jüngste Beispiel ist Nordmazedonien, was im Streit um den Namen mit Griechenland unglaubliche Konzessionen eingegangen ist. Und es war ganz klar im letzten Jahr das Versprechen der EU. Im nächsten Jahr beginnen die Beitrittsverhandlungen. Das Gleiche galt für Albanien. Und das ist jetzt wieder verschoben. In den Herbst vielleicht. Aber es gibt eben viele Länder in der EU, die das gar nicht wollen in nächster Zeit. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Kosovo, wo die Visa-Liberalisierung seit langem auf der Agenda steht und immer noch nicht umgesetzt ist. Das sind ganz praktische Dinge für die Bevölkerung dieser Länder, wo die Menschen spüren, irgendwie wollt ihr uns doch nicht. Und das ist etwas, was nicht gut ankommt. Da muss die EU eine vielleicht neue und klarere Linie entwickeln. Sagt Adelhard Feilke von der Deutschen Welle. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.